Denn alle Falken bevorzugen Flugwild. Dass wir es den Vögeln immer wieder vor der Nase wegziehen, hat nichts mit Zanken oder Ärgern zu tun, sondern es soll den natürlichen Jagdflug simulieren. Auch in der Natur ist nur jeder 10. bis 15. Jagdflug erfolgreich. Und so motivieren wir den Vogel, es immer wieder erneut anzujagen. Es soll ihm auch Freude machen.